ok kochen in lagern und gastronen kannst du mahlzeiten kochen die nach dem verzehr vorübergehende effekte verleihen suchen nach rezepten um neue gerichte zuzubereiten zutaten für den fundstellen sowie in gemischt waren händler wenn du eine neue mahlzeit ist werden die vorherigen effekte verschrieben je nachdem welches gruppenmitglied kocht unterscheidet sich die wirkung und dauer der effekte es ist also raten den küchenchef immer anhand deiner aktuellen ziele den gesamten status der gruppe auszuwählen wir können haferbrei machen hier nehmen wir doch hier haferbrei und so ne lecker lecker haferbrei und so kamen und ich weiß nicht ich bin ja nicht so der fest haferbrei ich reiß ich weiß es nicht war verbrei ist nicht ganz so meins ich versuche es Das war's. Das war's. Das stimmt, eine berechtigte Frage, Froschus. Wie wird er essen? Oh Gott, der Knoblauch war aber scharf. Uh. Oho. Hm. Oho. Oho. Oh. Oh. Ei, ei, ei. Oh, geil. Strohhem. Strohhem wäre eine Möglichkeit, ja. Nein, auf dem... Oder im Bruxetta. Ich hab grad hier das Bruxetta gegessen. Die Wurst ist ja schon lange weg. Das ist ja wohl. hat man die katschbühne gesehen Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Meine Arme brusche da. Ich bin komplett aufeinander. Hier ist ein kleines Tischchen. Oh je. Also ich dachte, ich müsste da jetzt noch was bauen. Das ist okay. Ach, der Scheiß. Okay, da geht's irgendwo hin. Wo wir nicht weiter müssen können. Das ist gut. Wir sehen jetzt von Joran Borderlands. Ja, ne? Jetzt ist es wirklich so Borderlands-Style. Okay, das ist leicht unheimlich. Komm ich hier hoch? Nee. Hier. Ja, ja. Weißt du. Aber fuck, die Musik ist echt. Aber ich finde die Musik allgemein bisher schön. Kann mich nicht beklagen. Keine Musik? Nein. Ich habe keine Dinge mehr. Wach einmal. Und tschüss. Tut sie nicht. Warum rennt die immer weiter? Hat die irgendein Problem? Die rennt einfach immer weiter. Ich habe das Gefühl, ich werde mir hier nur verlaufen. Okay. Ihr süßen kleinen Viecherchen. Aber wir haben bis jetzt wenig neue Ausdruck gefunden. Auf der einen Seite natürlich auch gut. Im anderen Spiel wird ja... ...wird man da bitte zugeballert. Vielleicht bleibt bei den Inventar hier mal halbwegs leer. Guter Witz machen. Okay. Da komme ich nicht rum. Doch! Wie cool. Okay, da komme ich aber nicht durch. Das ist schade. Dann geht es hier rein. Oha. Nein, nein. Nein. Das ist schade. 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 Das ist so cool, dass man weiß, dass man sprinten kann. Das ist schade. 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 Schade. Das ist 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 schade. Das war nicht schade. Das ist schade. So, wenn ich jetzt wüsste, wo das Ding gewesen ist. Ich glaub da unten war es. Da geht's wahrscheinlich weiter. Okay. Aber ich weiß nicht, dass die Leute hier sind. Aber ich weiß nicht, dass das weg ist. Hier. Dich-Emblem. Neue Ausrüstung. Ah. Durchdringung. Okay. So viel zu. Man kriegt da keine neue Ausrüstung. Gut, das ist jetzt nicht besonders viel, aber... Das ist ein Anfang. Jetzt dürfen wir nur den ganzen Scheiß-Weg wieder zurück werden. Äh, Wurtviertel. Neuner Zögel. Ja. Ja. Ich fühle mich so recht unwohl. Dieser Schwanz, ey. Okay. Ja. Was ist das? Ja. Wie sich diese Öhrchen bewegen bei ihr? Edelrose. Wow. 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 Das ist der Grund, warum ich gerne Frauen spiele. Ich habe auch nichts dagegen, Männer zu spielen, aber... Wow. Ich will auch sowas haben. Bei mir sieht das so aus, als wäre da so eine fette Presswurst drin. Die Sachen sind ja verschwissen und kaputt. Ach, was? Wer doch, komm auf! Ja. 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 Das gehört so. Wäre es heile, wäre es nicht mehr schön. Ja. Ja. Danach geht es nicht, Frisches. Ja, ja, aus. Oder willst du jetzt schon wie Dunnel anfangen? Wollen wir zufällig den ganzen Weg wieder zurück... ...rennen. Ey, Klotten, die nicht kaputt sind, wenn das ihre Mutter sieht. Ich glaub, die hat keine Mutter mehr. Schnell... Uh! Schnellreise! Wenn du an Lagern und anderen Orten vorbeikommst, schaltest du Schnellreise-Standorte frei, um sofort zu ihnen zurückzukehren. Öffne die Standortliste des Gebietes und wähle ein Ziel. Manche Gebiete sind während der Geschichte zum Teil nicht erreichbar. Warte mal, wenn nicht jetzt... Äh... Nee, warte mal. Naja, auswohnen können was passieren. Ist ja kein Problem. Äh... Dürft ihr aber wachen, oder? Achso, ja. Bitte einmal ohne Korn. Bitte einmal ohne Korn. Bitte einmal ohne Korn. Gibt mir 10 Bits? Vielen, vielen, vielen Dank. Du... Uh, hier ist eine Nebenquest. Uh, eine Nebenquest. Hey, du bist diese Eisenmaske, die sehr viel hergeholt hat, oder? Kann ich dich um einen kleinen Gefallen bitten? Lass uns raten, wir müssen jetzt wieder in das alte Gebiet zurück. Klar, was ist denn? Oh, schön, dass du so hilfreich bist. Also folgendes. Uns geht das Essen aus. Okay, ich gebe zu. Das ist ein ziemlich dauerhaftes Problem hier. Der Boden hier hat wenig zu bieten, und unseren Feldfrüchten geht es in letzter Zeit noch schlechter als sowieso schon. Ich bitte dich nicht, irgendwas Ausgefallenes zu besorgen. Etwas Weiß und Kartoffeln wären schon eine große Hilfe. Äh, ja, wir haben ein bisschen was essen hier. Wurde euch das erstmal über die Runden helfen? Wir haben es außerhalb der Stadt aufgegabelt. Das ist genau, was ich suche. Seid ihr sicher, dass ich es haben kann? So dringend, wie wir auf rotes Essen angewiesen sind, das außerhalb Wild wächst, kann ich bei all den wilden Zeugern niemand bitten, es zu holen. Also nehme ich mir gerne was von den Sachen, die ihr habt. Das war eine große Hilfe. Wir konnten nicht riskieren, den Anteil der Strahlaugen zu senken und damit ins Westen zu stechen. Dank all dem extra Essen können wir jetzt die Kinder satt machen, die in letzter Zeit hungern mussten. Freut mich zu hören. Wir helfen gern, so gut wir können. Ich kann vielleicht nicht dein Gesicht sehen, aber ich spüre, dass du eine gute Seele besitzt. Ich kann euch nicht viel im Gegenzug anbieten. Aber wenn du magst, bringe ich dir ein Rezept bei, das wirklich leicht zu machen ist. Wenn du das Rezept meinst, für das man Weizen braucht, das kenne ich schon. Okay, und wie wäre es mit einem Kartoffelrezept? Oh ja, also bei, ne, alles was mit Kartoffeln zu tun hat, her damit. Der ist jetzt auch schnell zubereitet und sehr lecker. Die Rettung, wenn man richtig Kohle empfadet. Klingt gut, das probiere ich gern mehr aus. Super. Solltest du wirklich auf dem nüchternen Magen, kann man kaum seine Bestform erreichen. Dampfkartoffeln. Dampfkartoffeln. Wir können aber einmal... Auto speichern. Also, manuell speichern. Hier oben ist unser... Reini. Hallo. Hallo, Reinbolo. Sefi, wir haben ein riesen Problem. Hm. Ein großes Problem. Äh, ein größeres Problem als unseren Angriff auf Balses Schloss. Den ich, äh, denn ich habe gerade wirklich nicht den Nerv für mich um irgendwas anderes... Ja, größer als das. Die Strahlaugen haben angefangen, ihm ganz... ...belang Lia Leute niederzumetzeln. Oh, ey. Die haben es offenbar auf ihrem Meisterkern abgesehen. Der Feind muss es wirklich ernst meinen, ihn zurückzuerlangen. Das müssen sie, wenn sie bereit sind, Sklaven abzuschlachten, die sie zum Sammeln der Astralenergie brauchen. Moskau wurde erwischt. Was? Bist du sicher? Todsicher. Es ist die nächstgelegene Stadt von dort, wo wir sie vorher angegriffen haben. Es tut mir leid um unser Völk, aber so ist das Leben. Meine Hunde. Ich habe so das Gefühl, ich ahne, was wir jetzt tun müssen. Okay. Also auf Zug dahin, wo wir eigentlich herkamen. Was mich aber nicht daran hindert, nach der Eule zu suchen. Was... Geht aber schon echt geil aus. Lass uns die Augen hinruhen. Du hast nur Angst davor, was wir noch kriegen könnten in deinem Kostüm. Davor hast du Angst, Kaya! So, hier kriegen wir Pfeffer. Nee, aber du musst uns sehen. Und das reicht dir, bekanntlich schon. Und wie wirst du denn deine Aufgabe als Mod erledigen, wenn du deine Augen zu hast? Und wie wirst du Nachrichten von Sputus lesen? Oh lol, sie ist schon tot. Oh Gott. Wieso ist sie? Ich hab grad nicht auf... Oh, ist denn sie totes? Lol. Let's go. Oh Gott. Madame, heil mich bitte. Danke. Ja, danke. Heil mich. So, krass, danke. Jetzt haben wir nicht wieder tot, oder? Puh. Okay, das war etwas härter. Aber nur etwas. Fleischreste. Okay. Ruhe. Ich habe etwas Geld. So. Das ist alles, was hier noch ist, müssen wir noch einmal absuchen. Weil wir wollen ja die Oilen haben, ne? Also die Viecher machen mir mittlerweile ja gar nichts mehr aus, ne? Ach du, die sind dahinter. Wollte gerade sagen, wo sind denn hier noch welche? Da geht's ins andere Capit. Ein Südchen. Ihr südchen kleinen Gürteltierchen. Aber irgendwie auch schon traurig, dass wir hier diese Gürteltiere ausmerzen. Hier ist nichts mehr. So. Hier gucken wir schon mal rein. Ein Südchen. Wo bist du? Eule. Ich will eine Eule haben. Oh, ich bin tot. Oh, es gibt Flügel, oder? Ne. Es gibt einen Schwanz. Es gibt einen Katzenschwanz. Oh, es gibt einen Katzenschwanz. Oh, es gibt den Katzenschwanz. Oh, wie geil. Ich liebe dieses Spiel. Ich will nie wieder was anderes spielen. Geht mal. Okay, der ist leicht mini, aber trotzdem süß. Es geht so ein bisschen in einem Kleid unter. Aber es ist halt trotzdem irgendwie knuffig. Irgendwie knuffig. Ich bin schockverliebt. Ja, ich aber auch. Ich auch. Das ist doch mega knuffig. Das ist knuffig. Ah, Frosch, es geht ins Bett. Okay, Frosch, ich komme einmal noch mal ganz kurz hoch. Ich will dir noch kurz nachzulagen. Wir sind ja hier gerade halbwegs sicher. Beziehungsweise, ich gehe trotzdem ins Menü. Viel Spaß mit dem Katzenkirbchen. So, ich komme einmal ganz kurz hoch. Wenn ich meine Pausentaste finde. Nee, das war nicht die Pausentaste. Warte mal. Nein, das ist auch nicht die Pausentaste. Das ist die Pausentaste. Oh Gott, ich muss mir das einfach aufschreiben. So, ich bin gleich Füller. Ich will laufen. Ich bin gleich. Ich bin gleich. Ich bin gleich. Ich bin gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017